Das Heliotrop ist das erste Plusenergiehaus der Welt. Das Heliotrop produziert mehr Energie, als in seinen Innenverbrauch wird. Es ist ein emissionfrei und CO2-neutral Haus. Das Heliotrop produziert Energie mit der Solaranlage auf dem Dach. Das Hausdrehen mit dem Lauf der Sonne. Es ist aus Holzgebäude, denn es ist besser für Drehen. Der Lauf der Sonne kann auf dem Fester überkehren. Wasser ist Wärme in der Sonnenkollektor auf. Es ist ein Modellhaus für alle Ökowiertel und Ökostadt der Welt. Es gibt drei Heliotrop der Welt in Freiburg, Offenburg und Hippolstein.